einen wunderschönen zusammen und willkommen zu törchen nummer drei heute spiel mal elevator mit mir herrn schmitz mal gucken was das gibt gehen wir rein ein langer gang ein langer flur immer schön kann die tür zum aufmachen auch schön ok elevator fahrstühle sind ja gott sei dank nicht gruselig ok ich nehme alles zurück kommen wir wieder weg wer wollte doch mal horrorspiele spielen das ist ganz schön du musst ganz schön ich fühle mich beobachtet äh guck nehm ich an taschenlampe ich hab gewonnen ich kann gehen ich fühle mich hier sehr wohl das ist ähm ja höchsprotokoll ich kann nicht rennen nächsten stock spielzeugabteilung hoffnig ja meine taschenlampe alles halb so wild türen natürlich zu hey wo geht es dahin ja wer auch immer drin ist bitte drin bleiben reicht für diese etage ich gehe wieder ah ich darf es aber sehr schön nächste etage candyland bitte das ist nicht candyland ich lasse euch wieder allein ja spielt bis ich wünschte ich könnte mich ducken naja auf jeden fall ist es weihnachtlich rot hier und der hängt auch nur ab hallo you have nothing to do here ja danke so darf ich jetzt doch wieder abbauen you have nothing to do here ja 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 na gott sei Dank das klingt nicht gesund und und candyland ich glaube hier ist was kaputt das war's das war's das war's kurz knapp fröhlich freu dann bedanke ich mich fürs zuschauen wünsche noch einen schönen 3. Dezember und man sieht sich morgen auf diesem kanal mit jemand anders das war's jetzt wieder dass es so das war's Untertitelung des ZDF, 2020